Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 28.000 US-Dollar. Wir traden weiterhin in unserem Triangle. Sieht zwar hier ein bisschen krüppelig aus, aber wir werden es gleich nochmal ein bisschen nachziehen. Dann wisst ihr auch, was ich meine, auf den größeren Timeframes zumindest. Ansonsten Bitcoin, wie gesagt, 28k, Ethereum knapp unter 1.900 US-Dollar. Ich bin weiterhin eher ein bisschen bullischer gestimmt. Heute kommen noch wichtige News-Daten raus und natürlich auch morgen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall gleich mal in Ausschau halten. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und was ich euch auch noch empfehlen kann, gestern wieder super Livestream. Heute Abend auch wieder um 19 Uhr, wenn ihr Bock habt. Die Highlights werden jetzt im Laufe des Tages hier auf dem Zweitkanal hochgeladen. Immer so ein bisschen in Kurzfassung, zwei, drei Minuten Videos, damit ihr das Wichtigste von den Altcoins mitkriegt. Gut, und damit würde ich sagen, direkt in die Analyse rein. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 28.000 US-Dollar. Wir gehen direkt mal in den 4-Stunden-Charten. Da seht ihr schon, ist Triangle ein bisschen anders gezogen mit den 4-Stunden-Closes, weil mir das momentan ein bisschen besser gefällt. Natürlich kann man hier auch den 1-Stunden-Close, aber dann die Wicks halt mitnehmen. Verunstaltet das ganze Bild aber meines Erachtens nach ein bisschen. Auf jeden Fall, wir sind immer noch in einem Abtrend. Wir hatten gestern diesen leichten Abverkauf, haben die Ineffizienz gefüllt. Und was auch noch herausgestochen ist, wir sind direkt ins Golden Pocket hier reingekommen. Sieht man ganz schön, direkt hier bei 27.800 US-Dollar, wo wir gestern auch schon mal drüber gesprochen haben, wäre perfekter Zeitpunkt nochmal gewesen. Ich bin auch mal kurz reingehuscht, bin auch noch minimal drinnen. Aber es ist mehr eine Gamble-Position, weil ich eher mit Short-Seite momentan sogar ein bisschen eher rechne. Natürlich, ich bleibe dabei, 30.000 US-Dollar sind im Bereich des Möglichen. Trotzdem, danach sollte eigentlich eine Korrektur folgen. Und dadurch, dass wir jetzt eben seit, man kann schon wirklich sagen, seit Tagen oder fast seit ein bisschen mehr als einer Woche, gar kein Volumen mehr im Markt haben, ist die Chance natürlich auch klar, dass das Breakout nach oben hin stattfindet, erst einmal da. Trotzdem denke ich, dass es danach erstmal runter geht und zwar ziemlich impulsiv. Ascending Triangle, ziemlich offensichtlich für alle Retailer da draußen, Pattern-Trader und so. Also natürlich können wir dann sagen, okay, wir ziehen jetzt hier mal das Pattern vom Preisziel, würde ungefähr bei 30.300 US-Dollar liegen. Würde auch passen, da gehe ich auch mit. Nur die Frage ist, ob wir dann, sage ich mal, weiterhin nach oben hin traden, Richtung 32K, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weshalb ich eher davon ausgehe, dass wir dieses Preisziel nicht wirklich erreichen, sondern dann eher so ein Fake-Out raussehen. Das heißt, impulsiv nach oben, also wirklich nach oben auch so Richtung 30K, weil hier oben eben eine Menge Liquidität liegt, vielleicht minimal überschießen. Und dann einen rapiden Abverkauf eben nach unten hin sehen, in Richtung 25.000 oder 24.000 US-Dollar. Weil ihr dürft nicht vergessen, hier unten liegt unser Golden Pocket, also momentan noch bei 23K. Je nachdem, wo wir dann unser Hoch bilden, verschiebt sich natürlich auch das Golden Pocket dann immer, immer weiter nach oben. Sodass wir dann irgendwann auch in den 24K-Bereich kommen, wo wir ja auch schon des Längeren immer wieder drüber gesprochen haben. Nach letztem Stand. Ja, das ist jetzt erstmal so ein bisschen kurzfristig so das Ziel, was ich erwarte zu den News, um das mal ganz kurz hier reinzugehen. Heute kommen die Anträge auf Arbeitslosenhilfe, morgen kommen dann die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Gestern die Daten, muss man auch dazu sagen, die waren ganz schön beschissen. Ich habe es gestern im Livestream schon mal angesprochen. Wenn wir uns das mal so ein bisschen angucken, Einkaufsmanager-Index, absolut beschissene Zahlen gewesen. Also nicht wirklich gut. Gut, und was hat man noch? Wo sind sie, wo sind sie? Naja, ich finde es jetzt gerade nicht auf die Schnelle. Auf jeden Fall auch Beschäftigungszahlen, die sind auch deutlich zurückgegangen. Also es sieht nicht wirklich gut aus für die Wirtschaft, aber das ist ja genau das, was die FED im Endeffekt sehen will. Also solange hier, ah hier, die ATP-Beschäftigungsänderung, auch Prognose bei 200k, deutlich, deutlich verfehlt. Also es geht langsam in die richtige Richtung für die FED, für uns, ist natürlich für Arbeitnehmer etc. in den USA absolut beschissen. Aber die Zinsen, es dauert, bis die ihre Wirkungen entfalten. Und irgendwann kommt halt dieser Turnaround-Punkt. Und jetzt sollte so langsam ein Turnaround-Punkt gekommen sein, nur, dass die letzten Zinserhöhungen von der FED da noch nicht mehr richtig eingepreist sind. Also Rezession kann wirklich folgen oder die FED handelt jetzt bei ihrer nächsten Sitzung, da können wir auch mal ganz kurz drüber blicken, am 3. Mai. Wieder momentan die Prognosen sind immer noch ziemlich ausgeglichen, ob Zinserhöhung kommt oder nicht. Ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass jetzt keine Zinserhöhung mehr kommt, weil die Daten langsam dafür sprechen, dass keine mehr kommen. Und natürlich, wir müssen aber morgen die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft erwarten. Sollten die beschissen sein, also für uns top, dann erwarte ich hier keine Zinserhöhung, wenn nicht sogar eine Zinssenkung. Wer weiß, was da noch folgt. Ja, auf jeden Fall für die Märkte würde das im Endeffekt genau das bedeuten. Pump nach oben und dann möglicherweise der Abverkauf, um einfach, sag ich mal, das meiste hier, sag ich mal, die Liquidität nach unten hinzufüllen, bevor wir dann übergeordnet immer noch das Ziel 34 bis 40k haben. Das Ziel bleibt auch erst einmal, woraus richtet sich das Ziel von unserer letzten Korrektur, um das hier nochmal vorzuzeigen. Wir sind direkt am 1.618, wo wir Probleme haben. Und das 1.618, das sieht man hier schon, trotz dieser langen Konsolidierung, normalerweise kommt dann gleich eine Gegenreaktion, ist es grundsätzlich schon bullish, dass wir da drunter konsolidieren. Und das nächste Ziel würde dann einfach bei 34k übergeordnet erstmal liegen oder dann 40k. Aber ich glaube da ehrlich gesagt noch nichts dran. Ich glaube nicht, dass wir momentan einfach diese Bullishness haben, auch wenn Sailor jetzt gestern wieder gekauft hat, dass wir hier direkt nach oben hindurch brechen. Ich glaube nochmal ein WIC in diese Liquiditätszone und dann eben der Abverkauf. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht das hier aus? Ist sich auch sehr, sehr wenig getan. Wir sind weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau. Also haben wir ja gestern schon darüber gesprochen, dass diese Range hier unten nochmal getestet werden könnte bis 1844. Besser wäre, weil wir halt auch einen impulsiven Move gesehen haben. Vor allem hier, dass wir uns diese Liquiditätszone bei 1840 nochmal holen. Also minimal runter, deswegen verschieben wir das Ganze immer noch ein bisschen, um dann möglicherweise hier nochmal in den Long Trade reinzugehen. Vom FIP-Level auch dazu mal, schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Passt perfekt, 1840 bis 1830 würde hier unser Golden Pocket liegen. Das heißt, ein Rücksetzer im Laufe des Tages oder auch jetzt würde jetzt nicht unbedingt schwerfallen. Und dann sage ich mal mit neuen Schwungen möglicherweise die 1950 oder sogar das wichtige oder die wichtige psychologische Marke von 2000 US oder zu erreichen. Ausschließen würde ich es momentan ganz ehrlich nicht. Aber uns fehlen einfach so ein bisschen die Impulse, das Volumen. Auch Sailor hat gestern eher wieder für einen Abverkauf gesorgt, nicht wirklich verwunderlich. Aber uns fehlt einfach momentan so ein bisschen die Power nach oben hin. Weshalb ich von einem letzten Move nach oben hin ausgehe, bevor wir dann einfach die Korrektur nochmal sehen. Und genau das gleiche eben hier auch momentan bei Ethereum. Wir schauen uns das Ganze mal ganz kurz auf den Daily Time Frame an. Wie sieht es denn hier aus? Machen das FIP mal ganz kurz weg, einfach der Übersichtlichkeit halber. Momentan höhere Hochs spricht noch eher dafür, dass wir das momentan sehen. Sollten wir jetzt heute über 1.941 einen WIC kriegen und dann drunter unter 1.898 schließen, ist das absolut bearish. Wir haben jetzt erstmal hier die große Verkaufszone hier rausgenommen, die Supplyzone. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Der nächste Bereich liegt dann eben hier bei den 1.858, wo wir eben gerade gesprochen haben. Das wäre auch noch mein Ziel, welches wir jetzt noch erreichen könnten, meines Erachtens nach. Wir ziehen auch hier mal ganz kurz das FIP-Level, schauen uns mal von der letzten Korrektur an. Da halten wir nämlich auch noch Platz bis knapp sogar 2.000 US-Dollar, also 1.983, das 1.618. Also das sind so die nächsten Zonen, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, die sich der Kurs noch holt, bevor auch hier eine Korrektur einschlägt. Überfällig wäre es meines Erachtens nach dann hier oben, wie tief das geht, sehe ich maximal erst einmal die 1.570. Einfach wegen dem Downtrend den nochmal retesten und dann gebe ich ihn Richtung 2.400 US-Dollar. Hier oben haben wir noch eine schöne Ineffizienz liegen durch diesen starken Abverkauf. Und wenn wir uns dann noch das FIP-Level dazuziehen von eben diesem Abverkauf bei ungefähr 3.500 US-Dollar, muss man ja schon sagen. Und dann mit dem WIC runter auf 879 passt das auch sehr, sehr gut, dass wir hier oben das 0.618er bei 2.563 US-Dollar haben, beziehungsweise das 0.5er bei 2.233. Also die nächsten Ziele sind klar. Ich bin hier grundsätzlich weiterhin Bullish, auch weil wir hier, wenn ihr es jetzt schon hier seht, durch diesen Abtrend weiterhin so ein Ascending Triangle haben. Auch hier prüfen wir das Ganze mal ganz kurz, aber ein bisschen pessimistischer. Ich würde jetzt nicht ganz an den Anfang gehen, wo unser Preistiel liegen würde. Das würde sogar hier oben bei 3.500 US-Dollar liegen. Gehe ich aber ganz ehrlich momentan nach jetzigen Stand erst einmal nicht mit. Gut, dann gehen wir noch rüber zu den News momentan. Was hat sich getan? MicroStrategy, wie gesagt, kauft weitere 1.045 BTC. Jetzt alles innerhalb kürzester Zeit. Wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein. Normalerweise waren das nie gute Zeiten, wenn MicroStrategy oder Michael Saylor gekauft hat. Würde zur Korrektur passen. Schauen wir einfach mal, was passiert. Ansonsten würde ich sagen, später kommt noch ein Altcoin-Video auf den Hauptkanal und natürlich dann noch die drei Videos heute auf den Zweitkanal. Also schaut euch das gerne an. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen. Altcoin-Wünsche unten in die Kommentarspalte. Das war es von mir. Wir hören uns dann heute Nachmittag wieder. Bis dahin. Oder beziehungsweise auf jeden Fall bis heute Abend, 19 Uhr. Livestream. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay quick.